Österreich ist wirklich in der Mitte Europas und wir müssen zusammen unsere gemeinsame Zukunft, unsere gemeinsame europäische Zukunft bauen und es gibt ein Potenzial in Frankreich und in Österreich riesig. Deshalb mein Ziel wird, dass die beiden Länder, dass die Partner in beiden Ländern sich besser kennen. Ich bin überzeugt, dass man auf dem wirtschaftlichen Gebiet mehr machen soll und die Franzosen kennen nicht genug Österreich. Wir haben viele Erfahrungen, die man aus Österreich lernen kann. Ich werde versuchen, dass Österreich mehr bewusst sein soll, was heute in Frankreich passiert. Die Reformen, die grundsätzlich Frankreich verändern werden, sind etwas Neues und ich soll das in Wien und überall im Land erklären. Ich werde das mit viel Spaß machen.